In jener Nacht, als die Schafwein vom Glanzbiennischen Nacht erfüllt war, hörten noch einmal Hirten die Nachricht von der Geburt des Gottesdurfs. Zwei Eidröcke und zwei kleine Hirten standen auf und fragten ihre Sachen zusammen. Zwei Eidröcke und zwei kleine Hirten haben Schinken, Rohl und Milch ein. Zwei Eidröcke unter den Armen. Das alles wollten sie den Gottesdurfs nehmen, als Gott und der Eidröcke. In dieser Ficht, was die Zweiklöpfe war, von der Hülle aus, sahen sie den Erdenkreis auf der Schafwein. Sie hörten die Bibel und die Glauben, aber sie konnten die Worte nicht verfehlen. Ich halte es nicht mehr aus in meiner Fenster und Löhne. Mein Morgen wird mir voll stark kalt. Die Hirten drüben lassen sich heute gut gehen. Bei den fälligen Musik und Helstlichkeit bis zu meiner Wohnung. Komm, wir werden uns anschleichen und sehen, ob wir etwas brauchen können. So werden sich die beiden Bösewichte ganz langsam im Schutz der Dunkelheit da sind die beiden Bösewichte ganz langsam im Schutz der Dunkelheit. Ich bringe die Bösewichte zum Kälter und das Sturm hin. Ich werde den Gottesdienst und heilige Wolle mitbringen, damit er es nicht wehren kann. Und von uns bekommt es Gottes Pilz, Schinken, Brot, Milch und eine Necke. Das ist alles, was wir haben. Mehr können wir ihnen nicht geben. Gut, dann lasst uns, Freund, nach Bethlehem aufsprechen, wie die Enge uns gesagt haben. Da waren die große Räuber aus ihrer Höhe herausgekommen, da mussten sie sich vorstellen. In einer Nacht im Anderen zogen sie die Enge vorbei. Sie waren ziemlich gepackt. Die letzten in der Reihe waren die Kleine. Sie geht langsam, denn ihre Last war schwer. Die Räuber sagen, wie der Abstand zu ihr gefährden immer größer wurde. Das ist uns gerade recht. Sie dachten recht, wo sie weiter waren. Und sie schütteten die kleine Hirte nach und lauerten auf eine Gelegenheit, die zu verfallen. Die kleinen Menschen entgegen kamen an einem alten Mann vorbei. Er hatte die Hände und sein Leib gestoßen. Und er trat von einem Weit auf das andere. Was ist denn hier? Wir��는! Und er ist ein ganzes Heiß. Und er hat die kleine Hirte nach. Und er hat die Hände und die Fluchte nach. Und er hat die Hände und die Fluchte nach. Und er hat die Hände und die Fluchte nach. Und er hat die Hände und die Fluchte nach. Und er hat die Fluchte nach. Ich bin ein sehr молодiger Mann. Und wiederum fühlt sie sich. Und ihm hat die Leute, der die Fluchte nach. Meine Mama, schenken Sie die Kleckchen, die wir kaufen wollen. Die beiden kleinen Legungen weiter und bald darauf fanden die zwei Mädchen, die am Weg ansaßen und weinten. Was ist denn euch? Wir haben Lust, von Lust können wir hier nicht schlafen. Von der Welt zum Grund ist weit im Fenster. Da rückte einer der kleinen Legungen die Kimmel aus dem Land raus und gab sie den Nächsten. Gehen hin, die kleinen Worte solltest du dich ja nicht, wenn ich deine Brille schaue. Wir haben Lust, von Lust, von Lust, von Lust, von Lust. Aber die neue Dach, die wir da in den nächsten Festivals, er hat mich noch mehr. Wo ist denn die beiden? Das ist das. Und auch das auch. Aufnahmsmaug schenken Sie sich den Gecken, die wir brauchen wollen. Wir müssen uns beinahe mit einer Flüge enttäuschen. Und wir rumpeln die Welt nun ganz laut in der Stille der Nacht. Bei der nächsten Mächtigung sind die Leute mit einem Wartel-Satz auf die Flankehrenden los. Die Flankehrenden sind ein hohes Wartel. Ist das euer Magen, der da zu füllen? Die ganze Zeit schon hält die Klonen hinter mir. Ihr tut mir leid. Die Räubern passen das Brunnen mit dem Schenken und hießen nicht, dass die Flankehrenden sind. Aber so tun sie doch, dass es wir schenken auch an. Nichts. Ihr müsst mal hier vorne kommen. Alles gewartet hier, uroh. Vielen Dank. Wenn Gott nicht so ungeboren ist, kommt bestimmt auf alle reichen Leute und es wird ein mehr, wie es ist, ob der Masche uns abfällt. Kommt ihr mit? Wir wollen auch mit. Und die großen Räume sind besiegen. Und die großen Räume sind besiegen. Und die großen Räume sind besiegen. Das Kind hat das Brot und den Schenken weggegessen. Du hast nichts für dir geben können. Doch du hast uns zum Gottesdienst dafür. Du hast es recht. Sag mal, was ist auch hier gesehen? Geht dein Trott und stark. Starr hier muss man immer. Der Freude ist fast los. Rumpen die Kräuter. Die Einrichtung von seinen Männern. Und sie gehen gemeinsam auf den Weg zu der Stadt. Zwei kleine Hirten und zwei große Hirten. Applaus Die Kräuter. 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 O du selben Schaden, bringen wir frei nach Zeit. Müll es verschieben und zu versühlen, folge dich zu Christen ein. O du fröhliche, o du selben Schaden, bringen wir Weihnachtszeit. Kirche Ehre, ja, sind wir Ehre, freie dich zu Christen ein.